ja meine lieben freunde und damit willkommen zurück zu einer weiteren selda episode hier in der master schwert quest prüfung schwert geschichte wir wir müssen ein bisschen leise sein denn es ist hier dunkel wir haben keine ahnung was für gegner hier hausen aber bestimmt keine freundlichen man sieht überhaupt gar nichts kann ich ein schild benutzen eigentlich nein macht doch nicht die fackel aus blöd mann ja okay man kann schild benutzen wenn man nicht gerade schleicht ja wir versuchen hier rauszufinden was für gegner hier noch leben was gar nicht so leicht ist weil man sieht ja nix wie sie sehen sehen sie nix aber dann wird uns nicht aufhalten hoffe ich da oben hängen noch ein paar fledermäuse rum die sehe ich von hier irgendwas höre ich da immer auf mein auf mein ohr auf mein auge irgendwas höre ich schleiche rum da sind ein paar billige pissfledermäuse an der decke hängen umso besser für uns und umso besser hat jetzt auch wieder hell wird aber wir hätten dann doch gerne noch mal die also die fackel haben wir trotzdem die so ist hier oben was hätte sein können dass ich das feuer ausnutzen muss zum hochfliegen tun technisch sehe ich hier gar nix leider das heißt wir gehen direkt weiter zur nächsten ebene die war ja kiki kack gut hoffentlich geht dazu weiter bisher ziemlich unspektakulär natürlich davon was ist denn das da hilfe level 7 ich sehe da vorne ex alphons nein woher weißt du dass wir hier sind ich dachte schon ja das wird lustig okay da vorne ist irgendein toten schädel ne sind da drin gegner dann kann ich da oben das teil abknallen das gibt eine schöne explosion wo sind die gegner ich sehe nix ist das problem da vorne ich sehe ein wir gehen mal auf den baum drauf wenn ich weiß wo der baum zu ende ist ja ich sehe gar nix ich weiß nicht ob der ex alphons schwarz rot irgendwas ist da vorne steht einer ich sehe gar nix hier wir haben doch unseren meteor stab ist eine gute idee der macht licht wenn wir den benutzen in die richtung ah da ist ein feuer vieh na toll damit hat jetzt gar keiner gerechnet also ich nicht okay ja wir können hier einen fleischspieß direkt essen der gibt vier herzen dann haben wir fast voll leben ja klar rennt er auf einmal einfach so ähm hätte ich das gewusst hätte ich die feuerteile vom anfang mitgenommen von dem anderen magier auch noch aber man kann es ja man kann ja nicht hell sehen ne so bitte woher ohne dass uns hier irgendein gegner platt macht von da vorne höre ich irgendwelche viecher da vorne sind welche okay ich versuche die von hinten anzugreifen ich weiß nicht ob das klappt ich sehe die augen von denen auf jeden fall da vorne muss man aufpassen die könnte überall im gras einer rumhocken der sich am tarnen ist und dann haben schon hat man ein problem ah warum brenne ich denn da auf einmal okay so weit so gut hier ist der totenschädel den haben wir schon gesehen da ist wahrscheinlich auch noch was drin wieviel glück wir haben irgendwas schwarzes oder weißes eventuell sogar äh aber so kommen wir jetzt von hinten an die gegner rang wenn die sich nicht umdrehen und gestört fühlen von uns jetzt müssen wir nur wissen wo sie stehen ich sehe ja nix von vorne kann man sie erkennen wegen den augen von hinten ist schon wieder schlecht aber da vorne da vorne stand einer da der tarnt sich jetzt ich weiß nicht wo der ich glaube der guckt nach links von uns auch nach von uns aus nach links guckt der glaube ich zum totenschädel hin wir versuchen es mal jetzt ist er aufgestanden ich glaube da ist jetzt ein baum zwischen uns und denen ja da ist ein großer baum okay alles klar da vorne müsste noch irgendwo einer sein eventuell Fackel aus was macht der denn da der soll sich hinlegen und schlafen das ist auch ein trick ne das haben wir hier durch können wir sehen was in der mittelbaren umgebung ist ma warum guckt der zu uns macht der das extra der blödmann boah ne dreh dich um hau ab ja er hat sich umgedreht langsam leise 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 sehr gut sehr gut gemacht da sind zwei stück dann hätten wir schon mal rausgefunden die machen wir dann kaputt indem wir da oben ähm diese laterne runter ballern denke ich können wir ja machen aber einer fehlt noch einen müssen wir noch platt machen der da vorne irgendwo rum steht dann sind also noch drei gegner übrig das machen wir das machen wir das machen wir hoffentlich ist im letzten abschnitt nur ein hinox den siehst du ja den siehst du ja immer durch sein glitzerndes auge haben wir damals im wald auge gehabt in diesem dunklen in diesen ruin wenn wir glück haben ist das so so wo ist der oder ist hier gar keiner mehr hab ich mich vertan ne hier ist keiner mehr hier ist der anfang ah ok dann ist nur noch einer übrig also zwei die da drin sind die machen wir dann jetzt platt indem wir da oben das ding abknallen denke ich hoffe ich geh weg blatt oh oh nicht getroffen das licht ist ausgegangen das war schlecht ist da noch eine drin noch eine fackel sonst haben wir ein problem ja scheiße zwei stücke ich guck mal was für zwei man kann ja mit blauer und blauer ja ok blau ist jetzt nicht so das problem wir machen das folgendermaßen wir schießen mit dem elektro pfeil dann gehen wir da rein und dann verkloppen wir die die haben keine waffen mehr da dürfte dann überhaupt gar kein problem sein äh ich muss mich nur so weit anschleichen schleiche ich gerade ne natürlich nicht so jetzt aber so und zwar oder machen wir einen bombenpfeil ist vielleicht auch eine gute idee ich glaube ich eine bombenpfeil ich glaube ich eine bombenpfeil ich glaube ich eine bombenpfeil okay der ist platt der eine feuerschwert sehr gut ja ha ha den machen wir platt der sieht nix So, ein Leben hat er noch So, jawoll Oh, was für eine Geburt Haben wir gut hingekriegt, ja Nicht so wie geplant, aber okay Hat funktioniert Ei, 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 wir haben ein Feuerschwert Mit 24 Damage, das finde ich ja sehr gut Nein Ablegen Lass das los Da, der muss weg Ich muss da, ich muss da mal, so Okay Da hätte er auch ins Auge gehen können, vor allem weil ich auch nicht wusste Dass da diese Explosionsfässer sind Aber, das hat funktioniert Und darum geht's Ja Hier lag noch irgendwas rum, glaube ich Irgendwo, kann das sein Irgendwann wollte ich hier noch aufheben Eine Truhe meine ich irgendwo gesehen zu haben Aber ich glaube, das war nur dieses Explosionsfass Dementsprechend keine Truhe Beziehungsweise vielleicht ja hier oben auf dem Knochenvieh drauf Ne, gar nichts, ja ist egal Egal, egal, egal Damit nächste Ebene Wir haben jetzt, glaube ich, zwei Fackeln Eine kann ich eventuell wegwerfen Ne, wir haben doch nur Ne, doch, hier, die ist fast kaputt Die weg Ausgerüstet haben wir standardmäßig Bitte Ähm Das Ritterschwert oder zumindest Soldatenschwert Waffentechnisch Pfeile, ja Ist richtig Und Bogen Da, 20 Ist ja viel geiler Oder noch besser 8, 25 Noch mehr Damage So, dann bitte Einmal Untersuchen Und in Ebene Ich habe gar nicht mitgezählt Ich glaube, 8 mittlerweile schon, ne? Da sind wir ja fast fertig Wenn das 8 ist Oder 7 7 oder 8 Ah, 8, okay Da vorne sind ganz viele Bockblins am Feiern Wie die Willen Aber Den werden wir schon zeigen Wie schnell so eine Feier zu Ende gehen kann Ist hier oben einer? Ne, hier oben ist keiner Noch nicht Was haben wir denn da vorne alles? Ich glaube, das sind schwarze Blau Blau Schwarz Ein schwarzer, okay Problematisch Da vorne ist ein Kuckucksklan Ein Meteorspacken Auch noch Die Starken Ähm Aber die sind Wir haben Eispfeile Den können wir ruckzuck erledigen Das ist kein Problem Das machen wir auch Das machen wir Pass auf Ah, verrostetes Schwert Nehmen wir mit Ja, der hat uns gesehen Ah Ist egal Der müsste sterben Eigentlich direkt Kaputt Kaputt Das ist der Trick Das ist der Trick Ich hätte nicht einfrieren dürfen am Anfang Da hätten wir sogar nur einen Schuss gebraucht Aber egal 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 Das Ergebnis zählt Das Ergebnis ist bisher wunderbar Wunderbar Da vorne sind die Bockblind Viecher Die drei Ähm Die blauen machen wir keine Angst Aber die schwarze Der schwarze eventuell Aber erstmal gucken Ob hier noch irgendwo was ist Ich glaube aber Das war's Hier ist schon wieder zu Ende Ja, okay Die drei Gegner sind es dann nur noch Die machen wir platt Würde ich sagen Kann man hier hoch Ah, wir sind direkt daneben Ich habe keine Ahnung Was hier oben ist Ich sehe nichts Nein, 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 nein Geh weg Der hat uns nicht gesehen Aber ich weiß auch nicht, wo der jetzt ist Ist das Problem Zwei sind da Blauen Wo ist der andere Ach, die sind alle da Die sind alle an einem Feuer am rumspringen Nein Der hat uns gesehen Kacke Nicht gut Egal Wir haben mit die Ohrstab Ha, ist die Waffe OP Ah, die Waffe ist kaputt Ja, nee Die musst du erst aufladen Ja, toll Kacke Das sagt mir ja keiner Aha Ich dachte schon Jetzt ist Ende Aber sehr gut Sehr, sehr gut Soldatenschwert Ja, ein Billigschild Können sie behalten Knochenbockstock nehmen wir noch mit Knochenbockocken nehmen wir auch mit Die ziehen viel ab Knochenbockocken Das sind doch die mit 30 Damage fast, ne Oh, Alter Ja Sehr gut Und noch ein paar Holzkisten haben wir zum kaputt kloppen Können wir uns jetzt volle Leben holen Ein bisschen was essen Wir haben hier sogar ein Feuer Wo wir was brutzeln können Noch besser Sehr geil So, Grillwild wird erstmal gefressen Und jetzt haben wir hier die Möglichkeit Die Pilze Die Bananen Die und die und die Das können wir jetzt hier alle brutzeln So, rein damit Röstfittling Röstschwertling So, sehr gut So, können wir direkt was von essen Und zwar Die Palmfrucht Die Banane Den Pilz Und das reicht Wegen so ein Viertelherz Mache ich da keinen Aufriss So Sonst noch irgendwo was Ne, das war es schon wieder So, Ebene 9 wartet dann auf uns Schildtechnisch, ja Sehr gut Da nehmen wir wieder den Pfeil Okay Und untersuchen Bitte mehr von diesen Äh Kuckucksklanspacken Da wissen wir ja ganz genau Wie wir die besiegen müssen Eisfail Tod Oder Feuerfall Wenn es ein Eismagier ist Tod Natürlich ist es wieder dunkel Was ist das jetzt Ebene? 9 Ah, da vorne ist ein Ein Wächter Ein Wächter ist da vorne Ich habe ihn gehört Die Frage ist Was ist hier noch? Hier ist bestimmt nicht nur ein Wächter Das wäre ein bisschen zu leicht Glaube ich Aber könnte sein Da ist er In der Mitte Wir machen auf jeden Fall Platt Wir haben gute Waffen Außer der ist mobil Das weiß ich ja jetzt nicht Ne? Wenn es ein mobiler Wächter ist Haben wir ein Problem Da muss ich auch aufpassen Ich glaube der ist nicht mobil Ne Wir versuchen immer von hinten anzugreifen Können wir ihn vielleicht wieder kaputt kloppen Ohne dass er was davon mitkriegt Okay hier ist nix Da ist wirklich nur ein Wächter Wie das aussieht Das heißt ich weiß schon wie ich das mache Okay wir nehmen Die fette Coil mit der können wir uns am Kreis drehen Wir machen Zeit anhalten Geht gar nicht Oder? Ist das billig? Ja der sagt nix mehr Der ist bedient Ist das geil ey Ah sehr schön So das war's Ebene 9 war total billig Hinter hinstellen Einmal gedreht im Kreis Ausdauer komplett verbraucht Aber der Gegner ist tot Und der hat nix gemacht Der hat ein paar mal ins Leere geballert Aber der hat sein gegönnt So Die Logik und Taktik siegt Mal wieder So Hier oben ist nix Ich meine wir hätten es wahrscheinlich auch mit dem Explosionsfass wieder lösen können Habe ich ja gerade schon gesagt Aber ist doch langweilig Kann ja jeder Guck mal wie viele hier auch noch rumstehen Von den Dingern Wir hätten es auch wahrscheinlich reflektieren können Die Attacke Aber das ist mir zu riskant Das möchte ich nicht nochmal machen So Eventuell kommt jetzt schon die letzte Ebene Rein theoretisch Oder das war jetzt schon die letzte Ich weiß es nicht Ist beides möglich Gucken wir uns das mal an Was jetzt passiert Überspringen Ich glaube eine kommt noch Müsste Noch so ein Endboss So ein knackiger Ja In 10 Eventuell die letzte Ja Ja ein Hinox Habe ich gewusst Ich weiß aber nicht Ob das der einzigste Gegen ist Dementsprechend laufen wir nochmal Mit der Fackel im Kreis Und gucken uns das an Wenn es der einzigste ist gut Warte Was ist das denn für einer Ein blauer Ja Ich meine die Farbe ist eigentlich Ist eigentlich irrelevant Die können alle nix Die Viecher Die sind alle gleich Luschig So Verrostetele Bade Warum ist der Raum hier so riesig? Wieso ist das so? Die hat einen Blitzstab Auf den Bauch Geschnallt Der Gegner Von mir aus gerne Oh Wir sind direkt neben dem Wir müssen ganz leise sein Jetzt wacht der auf Okay Sehr gut Ich glaube das ist nur der ja wieder Ich sehe nix 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 Das ist natürlich auch geil Die Waffe Ja das wird nur der sein Wir dürfen uns nur nicht verzetteln Und dann in Panik irgendwo hinlaufen Ähm Ich glaube Ich mache vorher die ganzen Bäume platt Das ist eine gute Idee finde ich Brennt ja irgendwann der Baum Wenn ich da drang halte Ich glaube nicht ne Schade Wir fangen dann also mal an mit Ähm Mit der Meteorwaffe Machen wir direkt mal ein bisschen Rambazamba Licht und so Ich habe nix gesehen Muss ich an der Stelle sagen Ich sehe nix Wir sehen noch immer nix Wir sehen noch immer nix Wir müssen Wir müssen ein bisschen mal Licht machen hier Das ist ein Problem Oh Oh Wo ist der? Okay, der ist platt. Der hat mir jetzt kurzzeitig Angst gemacht, weil ich diesmal wusste, wo der war. So, kaputt der Drecksack. Meine Fresse, ey. Mach mal Licht an dir, ich seh ja nix. Danke. So. Ich glaube, das war der Endboss. Würde naheliegen, zumindest. Rein theoretisch und so. Aber wir nehmen trotzdem mal die Waffen mit, falls es nicht so ist. Ist ja ne Kacke im Dunkeln zu kämpfen. So, weiter. Hoffentlich vorbei. Bitte. Oh, da kommt noch. Ah, das ist nochmal ne Zwischenstation. Das geht nochmal weiter, oder wat? Ähm. Ja, natürlich. Okay, zu früh gefreut. An der Stelle. Können wir nochmal wat kochen? Wir haben kaum Leben benutzen müssen, ne? Oh, der arme Fisch. Komm mal her. Fee. Ja, eine Fee haben wir wieder gekriegt. Komisch, dass hier zwei waren direkt. Das geht noch weiter, das geht noch weiter. Verdammt. Mal gucken, was diesmal passiert. Äh, hä. So, öffnen. Ganz viele Waffen und so. Und Rüstung vielleicht. Waldschwert, ja. Der zieht ne Menge ab. Sehr gut, vielen Dank. Ah, Hülya gewandt. Ja, natürlich. Jetzt kriegen wir da Zweiter. Sehr schön. Wald-Lanze auch noch. Ah, kein Platz. Da muss ich was wegwerfen. Wir haben ja nur, oder zum Großteil Kack-Waffen dabei. Nehme ich hier so ein verrostetes Schwert. Das kann weg. So, herrlich. Wald-Lanze. Jetzt ist zwar auch nur elf ab. Ist jetzt nicht die beste Waffe. Aber, okay. Wir nehmen, hat was kriegen können, würde ich sagen. Da haben wir da ein paar Äpfel. So, vielen Dank. Das ist hier, das gestaltet sich als komplexer und länger, als ich gedacht habe. Muss ich schon sagen. Das Problem ist ja auch, wenn du stirbst, musst du wahrscheinlich alles von neu machen. Da fängst du nicht hier an. Ha, nee. Nee. Also, wir müssen uns jetzt extrem anstrengen. So, kochen. Fleisch, Fleisch, Fleisch. Pilz, Pilz. Wieder mit Rüstling, damit wir mit, ähm... Hier, wie heißt das? Abwehr-Plus haben. Verdammt, ohne Abwehr-Plus. Warum? Ist doch Rüstling. Ach da, wegen Ausdauer. Das negiert sich dann irgendwie. Okay, jetzt aber. Ja, mit Pilzen-Abwehr-Plus. Sehr gut. Da, 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 da. Alles im Topf rein. Irgendwas Leckeres kommt schon mal dabei raus. Kochobst. Sehr gut. Damit haben wir auch alles verkocht, was wir haben. Lecker! So, waffentechnisch machen wir weiter mit dem Waldschwert, oder, oder was? Hm. Nein, ich würde sagen, wir machen weiter mit unserem Ritterschwert. Oh Gott. Das heißt, wahrscheinlich kommen jetzt noch fünf weitere Level. Äh, vier im Prinzip. Das war jetzt nur mal elf. Dann kommen jetzt zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn. Also vier. Drei normale mit einem Endboss. Nein, als ob... Ja, natürlich. Aber. Wir haben hier ein Problem. Wir haben hier ein Problem. Wir haben hier ein Problem. Boah, ne, okay. Okay, eigentlich ganz einfach. So kann das weitergehen. Das war Kiki-Kack. Eventuell hätten wir auch eine schwächere Waffe nehmen können. Aber... Davor... Ah, da oben ist sogar eine Truhe. Ah, die holen wir uns. Sehr gut. Ja, die Truhe wird dann noch unser sein. Und wenn das in dem Schwierigkeitsgrad weiterläuft, dann habe ich überhaupt gar keine Bedenken, dass wir hier weiterkommen. Denn das war jetzt Kiki-Kack. Das sah erst mal schwierig aus. Aber dann hat es sich als ziemlich einfach erwiesen. Ähm, ich habe nur Angst, da es jetzt Wächtermäßig wird, dass wir auf jeden Fall noch auf den laufenden Wächter treffen werden. Wenn es ein laufender Wächter ist, okay, damit können wir umgehen. Abgesehen davon, dass wir reflektieren könnten zur Not. Aber da habe ich Angst, dass wir das nicht hinkriegen und dann verkacken wir. Ähm, wenn ein laufender Wächter auftaucht, werden wir, denke ich mal, drauf kloppen. Wie damals, wie gehabt, auf die Beine. Da gehe ich dann kein Risiko ein. Das wäre mir zu riskant. Ähm, ja gut. Dann werden wir in der nächsten Episode sehen, wie es weitergeht. Und hoffentlich ist 15 auch das Maximum der Level. Nicht, dass da danach nochmal weitergeht. Äh, das wäre nicht ganz so vorteilhaft für mich. Äh, gut, gut. Das wird sich in der nächsten Folge rausstellen. Ich verabschiede mich. Bis dahin. Ciao. Bis dahin. 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 Untertitelung des ZDF, 2020